Ohne Sex – Netflix-Schnittserie für Bridgerton – Nicola Neu Nicola Coughlin, 37, feiert mit Bridgerton riesige Erfolge. Die ersten beiden Staffeln brachen den Rekord für die meistgesehene englischsprachige Serie in der Geschichte von Netflix. Doch mit ihren Eltern wollte sie ihre Arbeit trotzdem lieber nicht teilen, denn die Hitserie ist bekannt für ihre heißen Nacktszenen. Wie sie im Gespräch mit dem Radiosender SiriusXM Hits 1 erzählt, hatte die Schauspielerin eine gute Idee, um das Problem zu lösen, sie verlangte einfach eine zahmere Version der Show, die sie ihren Eltern mit gutem Gewissen zeigen konnte. Der Streaming-Anbieter erfüllte ihr diesen Wunsch und schnitt einige der skandalöseren Szenen kurzerhand heraus. Der nackte Hintern ihres Co-Stars Jonathan Bailey, 35, soll Nicolas Mutter dennoch schockiert haben. Auch die dritte Staffel der Romanverfilmung, die im Mai zum Streaming bereitstehen wird, könnte die Eltern der Irin erneut vor Herausforderungen stellen. Netflix verriet bereits, das Hauptthema der Staffel soll die Liebesgeschichte von Penelope Featherington und Colin Bridgerton sein, verkörpert von Nicola und Luke Newton. Ein Clip auf X zeigt bereits, es wird romantisch. Penelope und ihr Langzeitschwarm tauschen intensive Blicke aus. Ein Blick wie dieser von Mr. Colin Bridgerton würde sicher auch das ausdauerndste Mauerblümchen in Ohnmacht fallen lassen, oder teasert der Streaming-Anbieter dazu an. Doch nicht jeder Schauspieler der Serie machte bislang so gute Erfahrungen mit dem Produktionsteam, wie Nicola es schildert. Ihr Co-Star Ruby Barker hingegen erhebt sogar Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber. Man habe angeblich versucht, ihre psychischen Probleme während des Drehs zu vertuschen. Keine einzige Person von Netflix oder Schundalant hat mich, seit ich zwei Nervenzusammenbrüche durch die Serie erlitten habe, kontaktiert oder mir zumindest eine E-Mail geschrieben, um zu fragen, ob es mir gut geht. Gaben Läden Öl Läden Läden Untertitelung des ZDF, 2020